Ich bin Annette und ich bin der Nerd und ich freue mich, dass du den Wiki hier gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Ja, letzte Woche habe ich mich darüber ausgelassen, aber ich das aktuell nicht schon. Diese Woche habe ich meine guten Vorsätze in die Tat umgesetzt und das, obwohl ich nicht viel dabei habe. Das wird also kein langer Podcast, das gleich mal vorweg, aber so ein bisschen. Das hier ist eine Dauerwerbesendung, wenn ich euch Dinge in die Kamera halte, wie zum Beispiel Wolle oder gestricktes manchmal. Ich habe nichts auf den Nadeln, was ich euch zeigen könnte. Sagen wir es einfach so, ich habe zwei Projekte dabei, die sind beide fertig. Ja, also manchmal zeige ich euch die Nadeln. Ich nenne euch eigentlich immer oder fast immer die Designer, die diese Strickstücke fabriziert haben, was ich auch was gedacht habe. Und all sowas kann man als Werbung verstehen, wenn man es möchte und deshalb ist das im Zweifel welche. Ja, so, also ich bin Annette, ich bin der Nerd, ich bin Informatikerin von Beruf, deshalb der Podcast-Name. Ich werde da demnächst vielleicht mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Hat mir da was ausgedacht. Mal schauen, ob ich das nächste Woche in die Tat umsetzen kann oder nicht. Ja, ich wohne hier mit meinen beiden Kindern, meinem Freund, dem Hund und drei Kaninchen im schönen Aldo. Die letzten Tage war es wunderschön, weil das ein bisschen bedeckter war. Ist nicht so tragisch. Genau. So. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Ich habe, wie gesagt, nichts dabei, was auf den Nadeln ist. Ich habe auch nichts dabei, was ihr schon kennt. Und ich war relativ monogam unterwegs. Und das letzte Mal habe ich ja auch am Freitag aufgenommen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das heißt, es war eine sehr kurze Woche. Und es war Ostern. Wir waren spazieren. Wir waren schwimmen. Wir waren Stand-Up-Paddle. Und all sowas. Ja. So. Letzte Woche. Habe ich hier aus diesem Buch die Nummer 38 gezogen. Und die Nummer 38. Das sind die Hestia Slippers. Und die zeige ich euch mal kurz, wie die im Original aussehen. So. Also keine richtigen Socken. Sondern so eine Art Hausschuh. Und so in meiner Naivität habe ich gedacht, ja, das geht nicht. Noch dazu, weil man das Ganze mit 6-fach Wolle strickt. Und ich habe mir 2 6-fach Wollen für diese Slippers zur Seite gelegt. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen Inventur gemacht. Und geschaut, was brauche ich denn überhaupt an Material. Damit ich... Also bei 4-fach Wolle besteht die Gefahr nicht. Aber bei 6- und bei 8-fach Wolle durchaus. Damit ich einfach die Wolle da habe, wenn ich die Zahl ziehe. Weil ich muss die ja dann auch wussten. So. In dem Fall 2-mal 6-fach. Und zwar 2-mal. Das steht im Muster. 2-mal 50 Gramm. 1-mal 50 Gramm. 1-mal in hell, 1-mal in dunkel. Also... Das hat nicht so gut hingehauen. Ich habe von Regia 6 fertig genommen. Die gibt es nämlich in 50 Gramm Knäuelchen. Ich zeige euch mal die Banderole. So sieht die aus. Das ist eigentlich ganz normaler Sockenwolle. Und zwar habe ich einmal Farbe 522 und einmal Farbe 1992. Das eine ist eine Naturfarbe, denn das andere ist ein Antrazit. So, ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Dann habe ich losgestreckt und ich habe sie fertig bekommen. Ich ziehe jetzt mal einen davon. Ich versuche es. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Auf diesen Dekofuß. Es funktioniert mit denen gut. Es funktioniert gar nicht so besonders gut. Also die Idee war den da drauf zu ziehen, weil auf normale Sockenblocker brauche ich den natürlich nicht zu ziehen, weil... Es sieht man nichts. So, da hängen wir jetzt natürlich überall Haare dran. Zum einen vom Hund, zum anderen von mir. Ich habe mich auf diese Slippers gefreut. Ich fand die hübsch. Die gibt es in zwei Größen und ich habe die größere Größe gestrickt. Und das ist was rausgekommen, das so annähernd eine Schuhgröße, ich sag mal 38 hat vielleicht. Vielleicht 9. Die sind dehnbar, das ist mir schon klar. Ja, so sehen die also aus. Die sind vorne so übergeschlagen und man sieht schon. Ja, also an dem Dekofuß halten sie mich besonders gut. An dem echten Fuß, an meinem konnte ich es nicht ausprobieren, weil ich treibe Schuhgröße 41. Und dem Kind wollte ich sie nicht in die Hand drücken, weil sonst hätte ich sie nicht mehr. Ich glaube, die halten nicht besonders gut. Ja, man strickt vier solche Teile. Die sehen, man fängt hier vorne an, man strickt ganz wenige Maschen an, dann verbreitert man sich, bis man so ungefähr hier ist. Und das ist alles, ach so ein Patent, ein Halbpatent. Innen sieht es nicht nach Patent aus. Ja, so ist die Innenansicht. Das einzige, was voll Patent ist, ist dieser Teil hier. Ja, das eine also ein Netzpatent, das andere ein normales Patent. Finde ich eine schöne Kombination. Hat natürlich den Vorteil, dass die Reihen gleich breit werden. Dass es nicht so ist, dass die eine Seite länger wird als die andere oder höher wird als die andere. Sondern das ist quasi automatisch gegeben. Und dann streckt man bis hier hin und dann streckt man ein ganzes Stück gerade aus. Bevor man dann abnimmt. Das gibt es in linker und in rechter Version. Man hat nun mal zwei Beine. Einen rechten und einen linken. Ich hole mal den zweiten. Der sieht also genauso aus, nur andersrum. Das heißt, einmal ist dieser Teil außen, der jetzt hier innen läuft. Dann muss man das zusammen nehmen, hier vorne an der Spitze. Übereinander lappen. So ist die Innenansicht. Das heißt, der Teil hier, der ist überlappend gestrickt. Deswegen hat man auch eigentlich, streckt man mehr als diese eigentlichen Slipper. Und dann nimmt man, muss man hinten zunähen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und dann nimmt man ringsrum Maschen auf. Und strickt die Sohle. Und man kann schon sehen, hier in der Mitte ist mir dann das Andrazit ausgegangen. Die Sohle wird graus gestrickt, so mehr oder weniger. Nicht komplett graus, aber weitestgehend. Für die Socke hier hat es noch gereicht. An dieser Socke dann nicht mehr. Dann wollte ich aber jetzt auch kein Andrazit nachordern für das, dass wir da noch zwei Freien gefehlt haben. Hinschummeln wollte ich es aber auch nicht. Also ich hätte natürlich dann vorher zusammen nehmen können. Aber ich habe dann einen Rest Schwarz gefunden und habe dann die Sohle damit gestrickt. Beschlossen, wenn man auf die Sohle von Slippers schaut und feststellt, dass da nicht Andrazit ist, sondern Schwarz. Den kann man auch nicht machen. Ja, passt von mir gesagt. Ich glaube nicht besonders gut. Ich glaube, die rutschen. Also für Slipper, die man auf dem Sofa anhat, ist das vielleicht okay. Sobald ich damit durch die Wohnung latschen muss, geht das mit Sicherheit runter. Und ja, ich bin also nicht so wahnsinnig zufrieden. Ganz ehrlich nicht. Wolle war okay. Also die Wolle kann man überhaupt nichts sagen. Die Anleitung gut verständlich geschrieben. Ja, eher kurz, was mir nichts ausmacht. Ich brauche da nicht immer viele Worte dafür. Mir reicht es oft auch in kurzer Version. Die Anleitung ist von Mika Chan. Und wie gesagt, aus dem Buch 52 Weeks of Socks. Eine Anleitung, die ich also nicht... Ich würde jetzt keine Veranlassung für mich sehen, die nochmal zu stricken. Ja. Ich habe für nächste Woche eine Zahl gezogen. Das blende ich euch jetzt mal kurz ein. Und jetzt gibt es eine neue Zahl. Einmal schütteln. So, nochmal dreht halt eine Ere runde. Und das ist die 30. Ja, die 30 ist es geworden. Die 30. Als ich das gesehen habe, ist mir so ein bisschen so... Und dann ein... Hm... Könnte schlimm auch sein. Ja, die 30 ist eine bekannte Zahl für mich. Als ich damals durchgeschaut habe, durch dieses Buch, habe ich ein paar Kandidaten identifiziert, ich nenne es mal so, die so ein bisschen rausgestochen sind. Das erste davon, die kennt ihr schon. Das waren... War die 29? Also 29 und 30 waren so meine... Hm... Wie soll man sagen? Die, bei denen ich wusste, dass es ein bisschen mehr Arbeit als normale Socken... Die 29, ich will immer so als Erinnerung wissen, direkt vor der 30. Das waren diese Kniestrümpfe. Und die habe ich ja Anfang des Jahres gezogen. Die sind fertig geworden innerhalb einer Woche. Es war viel Arbeit, aber es hat funktioniert. Und die 30 ist das einzige All-Over-Color-Work-Paar in diesem Buch. Hm... Auch da gehe ich davon aus, dass ich nächste Woche nicht viel mehr geschafft haben werde, als eben diese Socken. Ich zeige es euch mal kurz. So sehen die aus. Honigborn heißen sie. Die sind wirklich wunderschön. Aber... Colour-Work ist viel Arbeit. Und... Ja... Das Muster ist von Charlotte Stone. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich bekomme die fertig. Ich will auch nächste Woche unbedingt aufnehmen, weil ich brauche ja logischerweise eine neue Zahl. So. Das Kind schickt mir Nachrichten. Eine neue Zahl. Eine neue Farbe brauche ich nämlich für den Mai. Das heißt, nächste Woche werde ich aufnehmen. Wenn es auch ein kurzer Podcast wird. Okay, das war's zu diesem Buch. Ähm... Ich habe mich beeilt, dass ich die übers Wochenende und inklusive Montag fertig bekomme, weil ich wusste, dass natürlich Sockmeldes weitergeht. Wir hatten Runde... Runde 2 beendet und dann kam die Info von den Mods, dass es erst dann die folgende Woche drauf weitergeht. Also sprich, frühestens Ostermontag. Und am Ostermontag kamen unsere Specs raus. Specs, das ist das, was vorab veröffentlicht wird. Wir bekommen eine Materialisten. Die ist öffentlich, die kann jeder anschauen. Und anhand der kann man auch entscheiden, ob er jetzt teilnehmen möchte oder nicht. Kommt früh genug raus. Das ist, wenn man jetzt sagt, okay, da sind jetzt von den sieben Wettbewerbssocken vier mit Perlen und ich stricke nicht gern Perlen. Ich kann damit nichts anfangen. Und das ist halt nicht die Madness für einen. Ja, und in diesen Specs war eine Socke und die habe ich mir gewünscht für Runde 3. Das hatte verschiedene Gründe. Das sind natürlich von den sieben Socken, die wir insgesamt stricken werden. Zwei schon weg. Ne, acht stricken wir insgesamt. Das Qualifying-Muster ist ja auch noch dabei und da ist es in drei weg. Fünf noch übrig. Und ich habe für Monat April ja die Farbe Rot gezogen und ich hatte noch nichts Rotes gestrickt. Ich wusste aber, dass in meiner Kiste mit den plastikfreien Sockenwollen eine Wollmeise Pure rumliegt. Im Rot. Und die wiederum hat hervorragend zu der einen Socke gepasst, für die man 100 bis 150 Gramm Wolle braucht. Da waren wir alle so ein bisschen am Rätseln, was das sein könnte. Ob das jetzt Kniestrümpfe sind, möglich. Oder ob es vielleicht ein Zopfmuster ist, ein Zipfel. Einfach Wolle, es ist einfach so. Ja. Und ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass dieses Muster noch in April drankommt. Eben weil Rot. Also ich hatte jetzt auch die Wolle gefunden, abseits von Rot. Wenn das jetzt im Mai oder Juni drangekommen wäre. Oder ich hätte dann dieses Rot verstrickt und ein anderes für die Challenge. Aber die Specs kamen raus und mein Munch wurde erhöht. Es wurden... Es wurde die Socke mit dem hohen Garn verbraucht. Nämlich eben 100 bis 150 Gramm Wolle. Was man auch braucht, ist ein Slippery Thread. Da waren wir auch am Rätseln. Für was brauche ich einen schlüpfrigen Faden, einen glitschigen Faden. Wie auch immer man das jetzt übersetzen mag. Zahnseite vielleicht. Ich habe mir Zahnseite zur Seite gelegt. Und bin für die Häkel gern gedacht, eins von beiden wird es schon irgendwie tun. Ja. Also. Das war das. Und am Dienstag am Nachmittag kam dann das Muster raus. Und das Muster heißt Cable Wabley von Liz Sadmak. Ja. Die Säurein, die mir bis dahin nichts gesagt hat. Ich weiß nicht, ob sie noch andere Socken hat oder andere Anleitungen. Ich kann es euch nicht sagen. Wie immer ist es eine Madness-Anleitung. Die gibt es jetzt noch nicht öffentlich. Irgendwann nach der Madness steht es den Designern frei. Ob sie die veröffentlichen wollen oder nicht. Ob sie die zum Kauf anbieten oder ob sie kostenlos sind. Das kann jeder Designer dann für sich entscheiden. Aber erst nach Abschluss der Madness. Und das wird irgendwann im Juni sein. Ja. So. Und. Wie soll ich sagen? Es ist. Dienstag nachmittag kam sie raus. Ich habe angeschlagen mit meiner. Roten. Warte. Ich zeige euch die mal. Die Rest. Das ist übrig. Und ich habe insgesamt 115 Gramm verstrickt. Ich habe die kleine Größe gestrickt. Allerdings mit einem langen Fuß. Meine Größe 41. Und ich stricke kurze Maschen. Ja. Komme ich gleich nochmal dazu. Und ich denke dadurch, dass die Bäumeise eine relativ dickes Sockenwolle ist. Mit 360 Meter auf 100 Gramm. Braucht man da tendenziell ein bisschen mehr Gewicht. Als mit einer die 420 Meter rein. Also vielleicht bekommt man das auch mit 100 Gramm hin. Mit der kleinen Größe. Und vielleicht ein bisschen zierlicheren Füßen als meine. Ja. Wolle. Von der Wohle dazu. Huch. 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 Wie man das machen muss. Das ist also Rohrschwarz und Wollmeise. 100 Prozent Wolle. In der Farbe probieren. Ich habe schon mal, dass ich Socken verwende. Das funktioniert ganz gut. Ja. Die kommen in 150 Gramm Strang. Mein Strang hatte tatsächlich 160 Gramm. Ich finde das immer schön, dass die ein bisschen übergewichtig sind. Ähm. Ja. Und jetzt zeige ich euch die Socken, denn die sind seit Donnerstagnachmittag fertig. Ich habe also ein bisschen über zwei Tage gebraucht dieses Mal. Und so sehen die aus. So. Man fängt hier an. Das ist eine Toe-Up-Sock. Ich habe die zweite auf das gerade Sockenbrett gepackt. Also. Man fängt hier unten an. Man schlägt an mit dem Turkish Cast-On. Das ist eigentlich wie Judy's Magic Cast-On. Also. Eben eine Möglichkeit, wie man hier unten anschlägt, ohne dass man es jetzt großartig sieht. Und dann wird die Spitze im Muster gestrickt. Und ich stricke überhaupt nicht. Gento-Up. Muss ich ja dazu sagen. Weil ich eben diese Spitzen so friemelig finde. Und eine Spitze dann auch noch mit. Ähm. Mit Muster. Und insbesondere mit Zöpfen. Die hat schon ihre Herausforderungen. Ich sag's mal so. Ich war also froh, als ich die Spitzen geschafft habe. Ich habe beide parallel gestrickt. Also nicht auf einem Nadel. Nicht auf einer Nadel, aber auf zwei Nadelspielen. Das heißt, ich habe eine Spitze gestrickt. Die zweite Spitze gestrickt. Und damit hatte ich für mich das Schwierigste von diesen Zappen geschafft. Ja. Und dann verzopft man sich da den Fuß entlang. Zwischen Ende, Spitze und Anfang des Zwickels. Die Zwickelzunahme in dem Fall. Musste man mindestens 48 Reihen haben. Ich habe 66. Ähm. Weil, ja. Das einfach so ist, wenn man kürzer strickt als andere. Ähm. Vielleicht hat man auch 60 gereicht. Tatsächlich. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Ich bin dann lieber auf Nummer sicher gegangen. Man konnte immer nur nach sechs Maschen. Also nach sechs Runden. Dann durfte man das Ganze hier weitermachen. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen 60 und 66. Hat mich für 66 entschieden. Okay. Dann macht man die Zunahmen. Das sieht man hier schön. Das ist dieser Keil. Und ist dann hier an dieser Stelle. Was ich total nett finde, ist, dass die letzte Runde hier vom Zwickel links gestrickt wird. Ein nettes kleines Detail gefällt mir aus. Und dann kommt die Ferse. Und so eine Ferse habe ich tatsächlich noch nie gestrickt. Ähm. Ich kenne das so. Bei Toe Up kann man natürlich eine ganz normale Fersenwand strecken. Dann streckt man so hin und her mit verkürzten Reihen. Ja. Nicht so in diesem Fall. Ich zeige euch mal die Ferse. Hier sieht nämlich so aus. Man hat dann. Ich nehme es mal runter. Soll ich die auf den Zock? Auch vielleicht auf den Deko-Fußpacken. Sieht man das doch besser? Das ist jetzt mal auch ein Versuch. Ja. Also die Ferse wird nicht mit verkürzten Reihen gestrickt. Sondern quer. Ähm. So ähnlich wie so eine angestrickte Borte, wenn ihr ein Tuch strickt. Da hat man ja dann irgendwann ganz viele Maschen auf den Nadeln. Und dann schlägt man zusätzliche Maschen an. Und strickt in jeder Hinreihe eine Masche quasi. Ist man auf. So kann man sich das vorstellen. So. Also die Deko-Füße sind dezent zu klein für diese Saison. Ähm. Und macht nichts. Also man strickt so hin und her. Und jedes Mal wenn man wieder unten ist. Macht man hier auf der einen Seite mit einer. Strickt man zwei zusammen. Auf der anderen Seite. Gibt es eine andere Technik. Ähm. Wie man eine von den Maschen los wird. So dass man. Anfang ganz kurze Reihen hat. In der Mitte sind sie ein bisschen länger. Und man sieht schon. Die Ferse die hat. Eben auch diese. Diese Verzopfung. Und verschränkte Maschen. Und all sowas. Das hier ist die Oberkante von dieser Fersenband. Ähm. Und wenn man dann auf der anderen Seite angekommen ist. Dann hat man wieder nur noch drei Maschen auf der Nadel. Und das hier oben ist alles. Fertig. Das ist eine Kante. Und dann muss man aus dieser Kante. Juhu juhu. Großes. Große Freude. An der Stelle nicht. Mach ich nicht gern. Maschen aufnehmen. Damit man weiter hoch strecken kann. Ja. Also mach ich nicht gern. Ähm. Ja. Ich kann das natürlich. Ich mein ne. Dass man so eine Strickjacke strickt. Und hinterher die Blende anstrickt. Da muss man was machen. Und. Das geht natürlich. Ist aber nicht meine bevorzugte Art und Weise. Wie man sowas macht. Ja. Dann ist der Fuß. Und. Und. Es geht. Im Prinzip. Mit einem zweiten Chart. Der ist ein bisschen anders aus der vordere. Aber das Prinzip ist das gleiche. Geht hier hoch. Und dann kommt ein Band. Und. Und dieses Band wird wieder quer gestrickt. Mit der gleichen Technik. Wie hier die Ferse. Das heißt. Man schlägt zusätzliche Maschen an. An dieser Stelle hier. Und. Man arbeitet sich dann. Einmal über den Oberfuß drüber. Über. Die hintere Seite. Bis man alle Maschen. Dieses Schaft. Aufgegessen hat. Nur noch 18 Maschen auf den. Nadeln hat. Die werden dann abgekettet. Und dann wird. Diese Naht hier eingefügt. Die mir mehr oder weniger gut gelungen ist. Ähm. Da gab es keine Schönheitspreise für. Aber das sollte so ungefähr aussehen. Dass es quasi ein durchgängiges Muster ist. Und dann. Juhu. Ein zweites Mal. Maschen aufnehmen. Damit hier oben. Das Bündchen gestrickt werden kann. Und schließlich. Mit. Elizabeth Zimmermann. So. Bind off. Abgekettet. Den habe ich noch nie vorher gemacht. Geht total einfach. Ähm. Ist relativ weit. Ist bedingt. Hübsch. Kann man machen. Klar. Ähm. Ist jetzt aber auch kein optisches Highlight. Muss ich gestehen. Ja. Aber ganz einfach. Also wer da immer Probleme hat. Da einen elastischen. Ähm. Abschluss zu finden. Für seine Toe-Absocken. Das ist mit Sicherheit eine Alternative. Hilfe. Die man sich angucken kann. Wenn man nicht gern italienisch abkettet. Also wenn ich schon. Mit Nadel und Faden abkettet. Dann würde ich tatsächlich italienisch bevorzugen. Obwohl das auch nicht so ganz. ist. Ja. Normalerweise mache ich das nicht. Aber. Ja. 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 Ähm. Gut. Also. Zwei fertige Socken. Ich bin weiter. Ich war. tatsächlich. Insgesamt glaube ich. Fünf schnellste. Und die zweite in meiner Gruppe. Die erste. Die ist. So schnell. Keine Ahnung. Ja. Also Zuli. Ich weiß. Dass du Deutscher bist. Ich habe keine Ahnung. Ob du zuschaust oder nicht. Aber Respekt. Für diese Schnelligkeit. Das ist große Klasse. Ja. Ich weiß. Dass noch ganz viele da draußen stricken. Und ich wollte euch so ein bisschen. Vielleicht noch den ein oder anderen Tipp geben. Und zum einen ist das der Tipp. Sind meine Zipfe richtig. Oder nicht. Das ist so ein bisschen. Gerade immer Thema. In der WhatsApp Gruppe. Wir haben ja zwei. Es gibt die nur Fragen. Zweit. Gruppe. Und es gibt die Quassel Gruppe. Und in der Quassel Gruppe. Kommt durchaus immer mal wieder solche Fragen. Wie. Schaut euch mal das Bild an. Stimmt das so. Und ich finde das sehr sehr schwierig. Erkannt von dem Bild. Insbesondere. Wenn das Bild dann vielleicht bei schlechter Beleuchtung. Und leicht unscharf ist. Das. Zu bestimmen. Was ihr tun könnt. Um rauszufinden. Ob eure Zöpfe. Bei genau. Dieser Socke. Hier stimmen. Es. Nehmt einen Zeigefinger. Und ihr. Guckt euch dieses. Diese. Zöpfe an. Das sind. Keine Zöpfe. Wie man die üblicherweise. So kennt. Von Socken. Jetzt gucken noch mal. Eine Finsen in. In 52 Weeks of Socks. Da gibt es doch bestimmt Zöpfe. Habe ich da schon mal Zöpfe gestrebt? Ja schon. Aber Standard Zöpfe. Zöpfe. Ähm. Mal gucken, ob ich da was fände. So. Anhebt nicht. So. So ein Zopf. Ne. Auch nicht. Also da gibt es keine Standard Zöpfe drin. Aber. Ich habe. Einen falschen Zopf. Ähm. Gefunden. Der sieht so aus. Und im Prinzip. Sieht ja so ein Zopf immer so aus. dass der übereinander läuft. Das sieht ja aus wie so eine Kordel, die so verstrengt ist. Diese Zöpfe hier nicht. Das sind Zöpfe, die immer nur hin und her zickzacken. Man kann es ganz gut sehen. Es geht einmal in die Richtung und einmal in die. Und wenn ich jetzt mit meinem Zeigefinger diesen Zopf entlangfahre, dann komme ich nie an eine Stelle, bei der es verkreuzt, sondern ich kann immer weiterfahren. Hier auf einer Autobahn. Sobald ich hier an die Kreuzung komme, habe ich einen Fehler entdeckt. Und das gilt sowohl für die Breite, für den breiten Zopf, als auch für den schmalen Zopf. Da gibt es keine Verkreuzung. Es geht immer hin und her und ich kann es entlangführen bis zum Ende. Ja, ich habe die kleine Größe gestreckt. Die Socke ist mir gut weit hier, weil die hat, ich glaube, 66 Maschen an der Stelle, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Und am Fuß ein bisschen mehr, weil natürlich zöpfert sie ihn zusammen, das ist mir schon klar. Ich, sie schreibt in ihrer Anleitung, gehe hier runter, eine Nadelstärke, damit es nicht zu weit wird. Wenn ich das jetzt bei mir angucke, da kommt es mal wieder runter von diesem Fuß und ich gehe mal so ein bisschen mit der Hand rein, dann kann ich hier ordentlich dehnen und hier weniger. Also dieser Teil ist weniger elastisch und insbesondere, wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr eher kurze Reihen strickt, dann wird dieses Mand vielleicht nicht ganz so lang wie bei Menschen, die lange Maschen stricken. Das könnt ihr selber am besten einschätzen. Also immer dann, wenn ihr hier unten deutlich mehr Reihen braucht, um auf eine Schuhgröße 39 zu kommen, als das, was angegeben ist, dann habt ihr das gleiche Problem wie ich. Oder wenn ihr jetzt Waden habt, die vielleicht relativ kurze Beine habt, bei denen der Wadenmuskel relativ früh schon anfängt oder vielleicht sehr ausgeprägt ist, dann würde ich den Tipp mit, geht eine Nadelstärke runter, ehrlich gesagt, nicht befinden, sondern mir vielleicht tatsächlich eher überlegen, ein bisschen hoch zu gehen. Ja, ähm, nur so als Idee. Genau. Also das relativ unelastisch. Bei meinen Füßen, die sind recht lang und der Wadenmuskel fängt ungefähr dann hier an, war das kein Problem, aber die sind schon recht eng geworden. Ja, finde ich nicht schlimm. Ist okay. Ich hänge euch, wenn ich dran denke, ein Foto an, wie das an meinen Füßen aussieht. Dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Ja. Und jetzt war es das auch schon an gestrickten. Wenig überraschend. Also zwei Socken komplett gestrickt und sonst habe ich im Prinzip nichts getan. Ich habe, und dazu wird es noch ein extra Video geben, noch was fertig, das nichts mit Stricken zu tun hat und zwar ist das ein Diamond Painting, ein kleines Diamond Painting. Das ist der Strassbaum Sommer von Diamond Painting Deutschland und den habe ich am Ostern, am Ostermontag geklebt. Das ist kein vollständiges, äh, hier sind keine Steine, die Steine sind nur da, wo es gerade funkelt und glitzert. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Also wenn es interessiert, ihr könnt gerne das extra Video angucken, und das demnächst dann mal auch erscheinen soll. Und, ja. Also noch ein fertiges Projekt. Und damit war es das, glaube ich. Fast. Ich wollte euch noch dran erinnern, dass ich die 5000 Abonnenten feiere, die sich hier auf meinem Kanal rumtreiben. und ich habe tatsächlich ein paar Videos bekommen. Ein paar ist fast wörtlich zu nehmen. Das ist eine Handvoll. Ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht noch ein bisschen was kommt. Wenn ihr jetzt sagt, ich traue mir das nicht zu, dir das zu schicken, das war so kompliziert mit der App, dann meldet euch mal bei mir. Vielleicht können wir das Ganze auch anders lösen. Ich wollte einfach nur klarstellen, dass das Ganze an E-Mail anhand des Versenden nicht möglich ist. Das geht einfach nicht. Aber wir können gerne Telefonnummern austausen oder eben so, und dann kriegen wir das auch anleitig hin. Also traut euch. Bitte traut euch. Ich möchte... Ich finde es schön, euch zu sehen oder oder Katzen zu sehen oder was auch immer. Ja, also hier nochmal den Aufruf, traut euch. Ich finde es ganz besonders toll, dass eine liebe Zuschauerin, der hat das Ganze so viel Spaß gemacht, dass daraus eine kleine Podcast-Episode entstanden ist und sie die hochgeladen hat auf YouTube. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze jetzt schon anschauen, wie es in der Kamera aussieht, weil dadurch ein neues Vorderkamera entstanden ist. Und darüber freue ich mich sehr. Ich verlinke euch den Podcast von Cynthia unten und vielleicht in der Infobox, wenn ich dran denke. Schaut euch das an. Seid nicht so... Ja. Seid nett zu der lieben Cynthia. Da ist ein bisschen Wind im Spiel. Das weiß sie. Also seid nett. Ich bin nicht gleich wieder verkraut. Lasst ihr einen lieben Kommentar da. Lasst ihr ein Abo da. Grüßt ihr nett von mir. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Lasst keine Maschen fallen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020